P-Top Skin über ein Permanent Make-up im Wert von 550 Euro. Für die Nummer 247. 247 gewinnt einen Gutschein eines Permanent Make-ups im Wert von 550. Blau, pardon, 207. Im Blau! Na, Sie werden erfreut haben. Guten Abend. Grüß Gott. Was werden Sie sich denn schminken lassen? Na, die Augen auf alle Fälle. Die Augen? Na ja, aber das ist nicht. 550 Euro? Bärme, das... Meine Frau hat das sicher Verwendung dafür. 550? Sie werden sich nicht wiedererkennen, wenn man das rauskommt. Sagst du Ihnen 550 Euro? Ich hoffe. Was heißt, ich hoffe, Herren Sie? Wo ist die Gnädige? Na, der Kerat, wann der mir kerat, kommt er morgen nicht mehr zu Hause, sage ich Ihnen. Danke, dass Sie mitgespielt haben. Dankeschön. So.